Luca aka Con Crafter bringt eine Pizza auf den Markt. Weiteres erfahrt ihr nach dem Intro. Bald könnt ihr eine Margarita Tiefkühlpizza von Luca im Supermarkt kaufen. Sie hat einen Durchmesser von 30 cm und kostet 3,99 Euro. Luca selbst verdient nach eigener Aussage an jeder verkauften Pizza nur 5 Cent. Am 17.10. verschenkt er einige Pizzen in einem Rewe. An die Verfasser der kritischen Kommentare schrieb er, gönnt euch einfach ein Stück und probiert sie. Wenn euch sie nicht schmeckt, gern weiter meckern. Aber nicht jetzt schon, das macht keinen Sinn. Wie findet ihr es, dass Luca eine Pizza rausbringt? Drückt rechts oben auf das i und stimmt darüber ab. Wie fallet ihr das Video? Über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars würde ich mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.